Was? Ja! Du bist so schlimm. Du bist ne Sniper. Nein, hab ich nicht. Ja, ich hab mit der Glocke geschossen. Du bist so alt. Oh, mein Sohn. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde Trollin' Terroristown. Das machen wir hier ganz richtig spontan und damit nimmt noch gar nicht auf, glaub ich. Doch, doch, doch. Und nicht dabei am Start ist noch der Broom. Hallo. Hallo Leute. Ja. So. Zeigentlich. Ich bin Eno. Ich bin Eno, Alter. Okay, ich denke, der Pumpkin ist es... Warum immer ich? Warum? Es ist ohne Witz, ohne Witz. Ich werde immer verdächtig von hier. Muss so. Okay, nur schnell, als kleiner Test werde ich jetzt noch schnell... Ja, kappen. Also, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Die Welt kann einfach nichts. Wick dich! Soll ich den Header geben, oder wär's das neben mir? Das will ich. Der Meln, der Meln ist Stratter. Er will mir einen Header geben. Weißt du was? Jetzt töd ich dich. Nein. Hey! Wo bist du? Oh, ich hab mich verbranmen, under fuckl. Wo seid ihr? Also, Meln hätte mich gerade wirklich einfach töten können und ich ihn genau gleich. Also, also, Pumpkin. Ja, ich denke, wirklich Pumpkin ist es. Ohne Witz, ohne Witz. Warum immer ich? Wo seid ihr, Pisser? Dort ist er, dort ist er, dort ist er, snipe ihn weg! Ich hab nur ne Dinges, ne Shotgun. Hey! 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 Nicht, nicht, nicht schneiden hier! Ich hab nur ne Shotgun. Hey! Ja, ich bin nicht mehr auf dem Turm. Oh, warte, wer ist das? Ah, gut, das ist der Pumpkin. Wer hat geschossen, wer hat geschossen? Ich, ich auf dem Pumpkin. Komm, 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 komm. Meln, Meln ist Traitor, Meln ist Traitor, Meln! Nein, nein, nein! Er Meln ist Traitor. Wer ist da, wer ist da? Hi, hi, hi! Right- E- Bei-EN, metって. Äh. Meln. Was? Meln ist Traitor, Alter. Jaja, kommt Traitor. Mann blimmt! Nein, ich bin da Biln! Du bist so schwer! Ja, ich bin da Tänkin! Du bist so einfach! Du bist so schwer! Das ne, Mann! Nein, hab ich nicht! Ja, ich hab mit der Glocke geschossen. Du bist so alt geworden, woanders so schwierig! Hääääääääääääaa plateauaaaaaaaaaaw! HAAAAAAAAAAAAAA!!! So, so, Leute. Ich war, ich war, ich war Kreatin. Ja. 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 Ja? Da lügt immer, dieser Pampchen. Boah, knee also nie! Nie. Nie. Nie, Freunde. Nein, eben nicht, Freunde. Nein, eben nicht! Ja. Und das war richtig, äh, richtig spontane Aufnahme hier. NEIIIN!!! Also ja, gut, damit ist einfach eine halbe Stunde zu spät, weil ich einfach nix kann. JAaaa! Oh, ich bin im Glauben. NEIN! Du bist ein Wachslos von meiner Woche. Ich bin... Der Melon ist Traitor, ich glaub's. Ja, ich ja. Nix was? Also ja, Freunde, wahrscheinlich kennt ihr alle TTT, es gibt Traitors, Innocents und eigentlich auch Detectives, aber bei uns hier nicht. Kann man eigentlich... Kann man in den Neto gehen? Ja, kann man. Ja, geht, ich bin dort gespawnt. Oh! Oh ja, aber es ist ziemlich scheiße. Oh ja. Hört sich cool an, ist es aber nicht. Oh! Ich bin Eno. Ich bin auch Eno. Ich bin auch Eno. Bei mir ist der Melon. Was? Was? Ich auch. Ja. Ja, wir sind alle hier. Ich auch, Leute. Oh ja, Leute. So, so, Leute. Jetzt finden wir raus, wer der Traitor ist. Ja, such'n Wal-Blog! Nein! Wer ist der Traitor? Wer ist der Traitor hier? Hä? Pumpkin? Melon ist Traitor. Was? Hey! Jo! Warum? Ja, ja, wieso? Ich weiß es. Ich glaube Pumpkin ist der Traitor. Melon, was steht bei dir? Er hat so reagiert, er hat so reagiert, ich weiß es. Melon, was steht unten links? Innocents. Denkst du? Ja, wirklich. Welche Farbe hat es? Es ist grün. Ich glaube der Pumpkin ist es. Er hat nämlich mich verdächtigt. Ja, ja. So, alright. Aber der Pumpkin war es gerade erst. Und ich bin sowieso immer in der Senegal. Ja, das ist aber wirklich so. So, warte mal. Ich habe fast die... Ich denke mal, der Melon ist es, weil... Ey! Wieso? Ohne Witz. Was hast du für eine Waffe, Melon? Alter. Ich habe einen... Also, was sage ich dir immer jetzt nicht? Okay, du bist Traitor. Wir könnten wirklich einen Goldblock suchen. Kennen wir? Wollen wir? Wirklich? Der ist doch immer noch da. Okay, der Melon ist sicher Traitor. Alter, okay, ich such ihn und bring ihn her. Hä? Der hat geschossen, der Pumpkin, der hat geschossen, der Pumpkin! Ich dich, ich dich, ich dich! Scheiße. Ich war nicht Traitor. Ich werde einfach immer getötet. Ich werde einfach immer getötet. Du? Ja, aber du hast den Broom getötet. Oh, ich habe den Broom getötet. Was? Du warst das? Was soll das? Jetzt hat er schon mal Minus-Karma. Ich habe den Broom getötet? Nein! Er hatte die Shotgun, der Broom. Ich hatte die M16. Nein! Du bist mir leid! Ich... Aber ja, da war ich eindeutig zu schön. Aber ich wollte wirklich auch gerade los schiessen, muss ich zugeben. Leute, Leute. Okay, jetzt ist es Broom. Meine Aufnahme ist nicht gestartet. Waaaat? Oh, ich bin doch nicht. Ah, ich komme YOLO. Okay. Ja, nur ist es einfach bei uns flamen Typen drin. Leute, wir suchen wieder den Traitor. Okay, ich glaube der Pumpkin ist es. Kann ich sein. Ah, ne, ich bin Traitor. Kann ich sein, kann ich sein. Gib mir einen Header. Es sind alle Traitor. Komm, komm, komm. Ich bin YNO. Ich bin schon wieder YNO. Hey, wer hat geschildet? Haha, ich nur so Spaß. Warum? Ja, klar. Ja, komm, erschieß mich. Warum sollte ich dich erschießen? Ja, weil du Traitor bist. Na klar. Ich bin immer innocent. Nein! Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Also vom, jetzt vom Zuwaltprinzip her bis du's am Ersten. Warum? Ja, weil du noch nie Traitor wartest. Wir beide schon. Ich bin in der Landschaft. Oh, das wird die Schäden. Okay, komm, wir suchen den Goldblock. Okay. Wo ist der? Was bringt der? Der kann seinen Traitor-Tester aktivieren. Ah, okay. Wo ist er hier? Spielen wir überhaupt mit oder ohne Traitor-Tester? Wo ist der überhaupt der Tester hier? Der sponnt irgendwo. Oben im Raum. Oben im Raum. Ah, ja, das ist oben in der Mitte. Nein, 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 der Block sponnt irgendwo. Ja, aha, ja, aber nicht. Siehst du ihn im Goldblock? Ich bin am Suchen. Ich auch, aber finde ihn nicht. Hier ist der Tester. Aber man braucht den Block. Ja, ohne Block kann sie ihn nicht aktivieren. Darum suchen wir ihn ja. Ah, das ist aber intelligent. Warum ist hier ein Maus-Cursor in... Was? Das ist aber intelligent. Hast du vielleicht Control gedrückt? Ah, hier. Ich hab gesehen. Oh ja, ich bin informiert. Und hier sind überall Diablo. Ja, wir haben hier ein Goldblock. Oh, oh! Oh, oh, oh! Mist. Er hat mich gesehen. Ich habe nicht mit Zeugen gerechnet. Ah, fuck. Ich wusste es, du weibestes, Bro. Ich wusste es doch. Und der Maus-Cursor war übrigens dort, wo ich das Wasser in Lava verwandeln kann. Aha, okay. Oh, das hätte ich jetzt nicht... Ah, scheiße. Ich sah ihn so und dann, dann... Hä, was ist das? Und dann bin ich drüber gefahren, dann stand, dass ich das Wasser umwandeln kann. Ohne Witz, ich hab schon wieder gewohnt. Oh ja. Ohne Witz, ohne Witz. Ohne Witz, ja. Traitor sind wieder richtig schlecht. Ja, bis jetzt kein einziger Traitor. Ohne, ich bin in der Lava. Hä? Ich bin im Wasser. Ich komm nicht raus. Oh. Ach, nee. Ich hab, glaub ich... Ist das der Goldblock? Ich hab einen Goldblock gefunden. Wie kann man... Wie kann man aus dem Wasser raus? Nimm ihn mit. Ich hab einen Goldblock. Also, wer ich immer Traitor ist, sollte mich... Äh, nicht töten. Hä? Mist, wenn ich jetzt selber bin... Oh, das wär so geil, ey. Muss ich einfach mit der Ausrede finden. Nein, ich... Ich bin hier im Wasser, ich komm nicht raus. Nein, ich bin Eno, ich bin Eno. Okay, Pumpkin, Döger. Ich bin Eno, Döger. Was hast du eigentlich... Sag mal. Weil ich Eno bin. Komm, komm, ähm Dings, Broom. Ich auch. Nein! Ich komm nicht raus. Ja, okay, Broom ist es. Der Goldblock... Nein, der wäre auch... Ja, sonst wär er jetzt nicht mehr. Nein, wirklich jetzt. Ich wollte ihn absetzen. Vielleicht geht er jetzt auch. Wartet, wartet. Nein, der geht nicht. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich bin hier im Wasser drin. Ich komm nicht raus. Oh, scheiße. Er war's nicht. Scheiße, du bist... Ja, ich war's wirklich nicht. Der Goldblock ist wirklich verschwunden. Äh, Leute. Scheiße. Dann ist es mehr... Ja, haben... Äh, Pumpkin... Nein, Pumpkin steckt fest. Pumpkin steckt fest. Ja, wo ist er? Ich hab nicht mal eine Waffe. Was soll das? Was soll das? Wo ist denn der Sack? Oh, er hat nicht mal eine Waffe. Okay, das wird ein Freakill. Du bist so ein Wichser. Du kannst... Ich geb dir einen Tipp. Mit Control und Space kannst du höher springen. Was? Ah, nein. Wieso hast du das ihm gesagt? Ich bin draußen! Nein! Die Freiheit bleibt auf mich! Der Meln trifft einfach nicht. Nein! Nein, Meln. Jetzt stirbst du was. Nein, Meln. Fick dich! Nein, Meln. Nein! Ja! Ich bin so schlecht im Schießen, müsst ihr wissen. Weil das ist mein erstes Schuss-Spiel, das ich je in meinem Leben spiele. Ich ertrinke. Seht ihr wie... Oh, ja. Oh, warte. Ich muss Magneto-Stick nehmen. Schnell! Meine Leiche. Oh, ja. Ich schweb da rum. Hä? Kann ein Leiche nicht. So, Meln. Oh, ja! Passt das? Oder wie lange nehmen wir schon auf? Ich würde mal sagen, bis die nächste Map kommt, oder nicht? Nein. Nein. Der Bro hat einfach keine Zeit mehr. Nein! Ich hab wirklich keine Zeit! Nein! Ich verbrenne! Ist egal, wenn der Bro-Faring-Fast. Ja, ich weiß. Ich bin schon wieder da drin gespawnt, aber ich kann ja nicht drauf. So, jetzt möchte ich gerne Traitor sein. Okay, der Pumpkin ist Traitor. Er hat einen Traitor-Pass eingelöst. Was? Das geht gar nicht. Das geht nicht. Das geht doch. Ach, Menno. Oh, nee! Eno, ich bin schon wieder, Eno. Ich auch. Der Meln ist heute. Ey, wie? Ich glaube es wirklich auch, denn... Hey! Ich weiß denn. Wo ist der Meln, der ist sicher am Campen da rum? Nee. Ich bin auch im Wasser gespawnt. Okay. Oh, ich werde getötet! Nee. Doch, ich hab jemand angeschossen. Nee, echt nicht. Doch, ich hab Schaden gekriegt. Ja, kennst du Fallschaden? Nee, ich bin... Nee! Ja! Das war richtig der Random Kill, ey! Warum? Das war logisch. Nein, das war nicht logisch. Lol, ist noch keiner da. Oh! Hey! Was! Was! Noch einer da. Oh! Hallo. Hallo mein Freund! Ja, ihr müsst vielleicht wissen, das ist ein öffentlicher Server. Hallo mein Freund. Hallo. Hallo! Ist mein Kumpel? Ich weiß das nicht. Ich kann dich an. Tschöger die...... Boah, das war richtig ein Random Kill von euch. So. sagen bei mir die Folge jetzt auch schon zu Ende ist es war jetzt mal die erste TTT Folge was macht ihr jetzt das nicht fertig die Runde die angebrochen ne das ist immer noch preparing also kann man gut abbrechen oh yeah so Freunde also das war halt die erste TTT Runde einmal etwas anderes hier auf meinem Channel ich bin ja so ein Minecraft Leadplayer das ist auch Minecraft ja das ist auch Minecraft das ist Minecraft mit ein paar Waffen das ist dein Mut oh ich bin innocent ich bin Eno ach komm machen wir noch ich wusste es nein Broom Broom nein der andere der neue was das ist der andere was wo ist der neue wo ist der neue das ist so ein Wichs was das für ein Typ oh oh ich hab so ein MG was der andere war es nicht boah das war ein richtiger random Killer dann bist du es Broom warum der Melen lebt noch der Melen lebt der Melen lebt ja der Melen lebt nein ich bin runtergefallen der Melen lebt gar nicht mehr natürlich lebt der Melen lebt gar nicht mehr er schlägt sich irgendwo oder du bist nee nee also nee also nee also wo die Witz ne echt jetzt wo ist der wo ist der Melen ne 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 der Melen ist dort der Melen ist dort ne nein ich habe keine Munition mehr was nein 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 boah aber da hat er es nicht richtig ne random Killer ich bin so glücklich ich bleib mal stehen und ich mach ein Bild von dir für ähm kann man ein bisschen ins Licht stopp 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 halt 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 doch das war das war das ja von mir auch die Map ist zu Ende oh ja halt rein und wenn das gefallen hat lasst die Positivierung da und tschüss meine Freunde tschüss bis zum nächsten Mal tschüss